Hallo, welchen Baum willst du sehen? Keine Ahnung, ich weiß schon mal wie das klappt. Wir erkennen gleich, dann mach du Technik haben müssen. Willkommen zu neuen Aufnahmen vom Vorgames. Heute sind wir zur Viert bei Payday 2. Haben es jetzt geschafft. Ist das jetzt ein Bankraub? Nein, das ist ein Ladenraub. Dann zieh ich ganze leichte Schutzweste dann an. Ja, mach. So, alle bereit? Macht bereit. Ja, bereit. Ja, ich mein bereit. Ja, ich hab keine Kohle. So, quasi die komplette Truppe ist hier. Hier vor mir, neben mir Sully, vor mir. Helps und Jisuf. Ich bin den Vormat. Jetzt lass jeder einen Laden rein. Jeder einen Laden? Ja, wir müssen erst erkundigen, wo Tresoren zu geben. Okay, ich geh mal kurz Computerladen da rein. Oh, Fragezeichen. Pass auf bei mir. Pass auf. Okay, beim Computerladen gibt es schon mal einen Polizisten. Ich bin einfach bei Erdkuss. Und nur eine Kasse. Bei mir gab es einen Kassierer. Oh, scheiße. Oh, Sully, Sully, aufpassen. Na, diese Dings laden wir es nicht. Komm aus, komm aus. Warte, ich probiere mal kurz. Hier ist ein Safe bei mir. Wo? Bei Suma. Hier gibt es auch ein Safe. Hier gibt es auch ein Safe. Hier gibt es auch ein Safe. Warte, jetzt beim Asiaten müssen wir mal kurz schauen. Halt aufpassen. Doch, Asiaten gibt es Safe hinter dem Kass. Ich sehe es vor dem Fenster. Jeder nimmt einen Laden. Ja, ja, hinter dem Kass ist so ein kleiner Safe. Hier ist aber nicht mehr dieser große Safe. Hast du Fragezeichen auf? Okay, was machen wir jetzt? Jeder nimmt einen Laden. Ich nehme diesen Minimarkt. Oh. Oh, jemand hat gesehen. Meiner hat einfach seine Maske aufgesetzt. Ja, dann geht's los. Sollen wir jetzt starten? Ja, Maske aufsetzen. Ja, Maske aufsetzen. Los geht's. Adiallah. Hat eine Scheißpistole, Alter. Ey, beim Dings da, äh, gibt es auch ein... Hier beim Computerladen. Ich gehe gar nicht in den Computerladen. Ich mache den zweiten Tresoren Bohrer ran. Ich mache den Computerladen ganz schön. Ja, wenn dir. Was ist der Kassen? Ich mache den Computerladen auch. Tausend, tausend. Ich habe schon mal tausend genommen. Ich habe noch... Ich habe zweitausend hier abgehauen. Ich habe hier auch tausend dahinter zweimal live. Ja, 3000. Bam, bam, bam. Perfekt. Dieser C4 nervt richtig. Ich mache keinen C4. Ey, hey, 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 hey. Nicht, dass einer von hinten bei mir kommt. Muss Schluss aufknacken von Tür. Hier, einer muss da bleiben. Komm mal. San, bleib mal durch hier. Bleib mal durch hier. Beschütz mal dort diese, äh, diesen Bohrer dort, ja? Erzähl ich gar nicht machen. Der Bohrer ist dort kaputt bei dir. Bei mir dort. 250. Mach mal die Tür hinter mir auf. Ja, ich mache die Tür auf. Ich mache die Tür auf. Wir werden hier. Keiner war beim ganz normalen Geschäft. Nee, ich werde dann ganz schön dorthin. Hat man immer noch Plistole? Nein. Mit zwei Wechselsgruppe. Oder C. Oder C. Oder C. Ah, ok. Die Waffe scheitert. Ich muss das Steuerung ändern, ja. Ich sehe einen Polizisten. Alle töten Polizisten aus. Nein, am Leben ganz weißt du. Ach so, da hast du schon alles ausgenommen. Perfekt. Tötet alle Kameras, ja? Alter, die ist wieder kaputt, die ist wieder kaputt. Okay, ich mach die, ich mach die. Tali, ein Bohrer ist kaputt. Du musst dorthin und da etwas gedrückt halten. Wo? Welcher Bohrer? Bei dir dort, Asiaten. Machst du hier, ich geh zu Tali. Warte, 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 ich geh. Ja, ich weiß, ich weiß. Nein, Tadis Bohrer läuft doch. Was? Ja. Ja, mach ich. Läuft grad. Hast du hier alles ausgenommen? Ja. Okay, dann bleib du mal hier. Ich geh mal ins Restaurant rein. Ins Restaurant. Rückendeckung. Kamera weg. Guck mal, was noch geht. Zack, zack, Restaurant. Hab ich ausgenommen. Irgendwann im Tresor. Nein. Sali, bist du in deinem Laden? Oh, Yusuf. Aber... Alter, da ist noch Bohrer. Ich muss Bohrer reparieren. Okay. Komm dann zu euch, ich beschütze euch dann. Ich bin die beide, bitte. Oh, beide Bohrer sind down. Okay, machst du die reparieren? Ja, ich bin bei deinem zweiten. Ja, ich reparier. Okay, ich reparier. Okay, ich reparier. Yusuf, bei dir ist ein Bohrer hin. Ja, okay. Ja, ich mach den. Ich mach den. Okay. Oh, shit. Ey, bei dir kommen viele rein, Yusuf. Ja. Yusuf, da muss ich dir dann kurz helfen. Mach ich. Ohne ist immer noch so laut. Was ist das? Wer ist laut? Der Dinger hat vor und vor und vom Spiel. Ja, du musst richtig nach oben. Ja. Okay. Legen. Hier magst du Sali. Sali braucht glaube ich am meisten momentan. Okay. Alter, nicht sterben. Habe ich Leben oder sowas? Ja, unten kannst du es sehen. Weil dein Leben ist grüne, ja. Ja, ich hab doch volle Leben. Ja, Yusuf sieht angeschlagen aus. Ja. Dann geh ich mal lieber zu Yusuf. Ey, safe sind offen. Ab Hausklamm. Sehr wenig. Dein Sport ist noch 100. Ich hab genommen, ja 1200. Okay, dann komm zu uns rüber. Dann kommt beide zu uns rüber. Wie viel haben wir schon? Ah, von top. Oh, scheiße. Wir haben 21.000 hier, warte mal. Aber wo gibts denn noch Geld hier? Hier bei mir. Glaub ich. Ja, hier. In Boragrand. Ich kann, ich schieße... Oh, hier gibts kein... Guck mal, hier gibts ein Automat, Alter. Wo? Hier ein Bankautomat in dem Laden hier drinnen. Warte, ich kann vielleicht irgendwie Dings da machen. Wie wirft man eine C4 rauf? Wie C4? Warte. Nein, 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 nein. Hier, hier, guck. Ich hab doch dieses eine Perk aufgemacht. Achso, hast du's? Ja, ja, ich hab das. Ich kann's jetzt machen. Oh, cool. Hier, zack. Oh, nice. Oh, nice. Kannst du? Oh, 23.000 drin. Ja, siehst du. Ey, wo war's wieder hin? Wir müssen Bankautomaten dann finden. Machst du? Okay. Ja, ich mach's, ich mach's. Ich fasse Haupteingang aus. Ey, zack. Ich hab nur ne Pistole. Die sind drin, die sind drin. Wir brauchen Hilfe. Ich komme. Ja. Ja, die sind bei dir hier. Headshot. Die müssen nicht aktiv fangen, Alter. Chilt mal ein bisschen. Was ist denn schon noch drin? Ich hab noch volle Leben, das musst du zu Yusufs sagen. Ich werde defa hinter dem Tresen die ganze Zeit. Ich könnt mit V ändern, ob ihr Einschuss macht oder durchgehend. Ja. Ja. Ja, ich weiß. Einschuss ist kacke. Nice combo. Bei was denn? Auch bei der Pistole? Ja. Dann hast du die 100 vor eine Glock, Alter. Was? Nein, bei der Pistole geht's bestimmt nicht. Nein, bei der Pistole geht's auch nicht. Geht nicht? Nein. Da hast du eine Glock 19. Nee, geht doch nicht. Komma. Komma. Alter, bei der Glock 18 kannst du uns dann bestimmt einstellen. Okay, der braucht nur noch 20 Sekunden. Da können wir abhauen. Das ist unser Zielort. Ja, aber wir haben nicht genug Geld, aber... Ja, ja, okay. Wir holen keinen Ziel, der ist gleich fertig. Geht mal hier bewachen. Komma. Ja, wir haben den Fenster. Okay, ein bisschen Licht. Dann nehmen wir mal einen Ziel. Ah, endlich. Hey, Haupteingang, Haupteingang. Wie viel? Haupteingang. Haupteingang. Alter, du kannst das hier nicht mehr aufnehmen. Könnt ihr das aufnehmen? Bargeld. Warte, guck dir. Ich kann's nicht mehr. Ich komm mal, ich komm mal. Geh weg. Ja, da, Bargeld. Ja, ich kann nicht. Aufgenommen. Ich hab keine Muniz mehr. Kommt in den Computerladen vom Fenster aus. Dann gehen wir zum Asiaten. Wir rennen gleich zum Asiaten und dann von Asiaten rennen wir dann raus. Hintergasse. Okay. Können wir machen. Guck mal, hier gibt's noch einen Laden. Wo? Kann man hier rein? Komm, lass mal da rein. Kannst du da rein? Nee, geht nicht. Geht nicht, dann. Asiaten, schnell. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Hier hinten, hier hinten. Hier durch. Gibt's hier nichts? Ja, hier. Doch, ich bin da. Nice. Geht mal hier durch, älter. Ja, einfach hier und so. Okay, aber wir haben nicht genug. Doch, haben wir. Oh, Alter, wir haben 28.000. Jetzt kommt mal hier hin. Ihr müsst hier hin. Wo da rein? Wo da rein? Dupp dich. Alter, halt. Der eine hat's schon in die Schild bekommen, ey. Oh, sauber. Kacken grad Geld. 25.000. Wie viel für man auch hier, Alter? Was ist das, 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 Alter? Mach mal Bank, such mal Bank. Ja, mach mal Bank. Warte bis Bank kommt. Okay. Harte, jetzt Karten ziehen. Oh, ich hab Schutz festgebekommen. Oh, Level 9 hängen geblieben. Oh, ja, ich auch. Harte, jetzt Karten ziehen. Stimmt in die Mitte. Hör mal Mitte. Ich hab schon jetzt Bargeld, ja. Wieder Maske. Waffenmord. Wünscht mal ganz. Komm, die ganze Maske, Alter. Per Leder bekommen. Du hast Schweinmaske bekommen. Alter, du wirst dich erst mal anziehen, Alter. Taktische Handgefasste. Ja. Komm, wie das jetzt alle, oder? Nein. Der, der es gezogen hat. Der, der es gezogen hat. Na ja, dann war's erst mal mit der Aufnahme. War eine schöne Runde. Bis der nächsten Aufnahme. Ciao. Tschö.